Wie noch ein Thema und zwar aus der Kategorie, wenn man kein Alleinstellungsmerkmal mehr hat und nicht weiß, was man mit dem Forschungsbudget machen soll, baut man ein Notebook mit einem transparenten Display, siehe Lenovo. Lenovo hat in letzter Zeit echt, ich meine, ich finde es auf der einen Seite cool, dass das noch jemand macht, aber die hauen in letzter Zeit echt schräge Produkte raus. Ja, es ist ein Prototyp, es ist ein Konzept. Aber trotzdem, dass das jemand, du stellst ja wirklich Geld rein. Ja, sicher, genau, das meine ich ja und ja, jedenfalls, wer jetzt das nur Audio hört und nicht YouTube das Video sieht, also Lenovo hat wirklich ein Notebook gebaut, also ein Konzept gebaut, dessen Display, was ich an sich bemerkenswert finde, ein transparentes Display, also das finde ich schon einmal bemerkenswert. Durch das Display kann man durchschauen. Man sieht aber trotzdem Windows User Interface drauf und die Symbole. Also das finde ich an sich schon bemerkenswert. Das Notebook hat ein transparentes Display und das hat keine Tastatur, keine mechanische Tastatur, sondern keine haptischen Tasten, sondern da, wo die Tastatur liegt, sind einfach die Tasten aufgedruckt und es sind halt Touch-Tasten mit haptischem Feedback natürlich. Also, wie man es zum Beispiel von den iPhones gewohnt ist mit dem neuen Lauten-Leiser-Knopf, der jetzt auch nur noch, oder ist das jetzt bei den iPhones? Das ist, ähm, du meinst? Der Lauten-Leiser-Knopf, das ist ja kein echter Knopf, der ist ja jetzt auch nur noch haptisches Feedback. Genauso wie der Home-Button bei den älteren iPhones nicht. Ja, gut. Man hat das Gefühl, man druckt ihn, aber wenn das iPhone ausgeschaltet ist, merkt man erst, das ist kein richtiger mechanischer Knopf. Das kann ich sogar wirklich verstehen, du eliminierst halt eine Fehlerquelle. Ich weiß aber, und ist okay, ich finde das beim iPhone mit dem Home-Button ganz nett und beim Lauten-Leiser-Knopf finde ich auch das nicht, aber bei einer Tastatur weiß ich nicht, ob das gut funktioniert. Was mich halt, weil du gerade das neue iPhone angesprochen hast, was ich da noch komisch finde, ist, dass ich diese Lautlos-Schalt-Wippe halt weggebe. Eine Riesola, oder? Ja, da würde ich sagen, das ist ein Knopf. Ja, und den kannst du ja mit Lauten-Leiser-Belegen. Ja, richtig. Aber ich denke mir halt, diese Wippe war halt so super praktisch, weil du hast halt auf einem Blick erkannt, selbst wenn es jetzt neben dir gelegen ist, hast du geschaut, ja passt, ist es lautlos. Ja, genau. Also du hast erfüllt, ob du es lautlos geschalten hast. Nein, du hast es ersehen, weil da ist ein kleiner, oranscher Strich, wenn es auf lautlos ist. Genau, oder in der Nacht hast du das Handy in die Hand genommen, nicht eingeschaltet und du hast es erfüllt, ob es laut oder leise ist, weil weder der Knopf unten war, oder unten. Ja, richtig. Und das ist so etwas, das ist, wir erleben das jetzt ja bei dem Autodisplay-Wahn wieder, dass jetzt die Uhr oder irgendjemand vorschreibt, dass wieder mehr Knöpfe reinmachen. Ja, genau, ja. Also, ich muss nicht alles ein Knopf sein, aber dieser Wipp-Schalter war halt schon... Ich meine, die laut und leise Tasten von mir, okay, wenn sie die ganz wegtun und die Leimer digital sind, ja, ist mir auch wurscht, okay. Aber warum diese Schalt-Wippe weg muss, ja. Jedenfalls, das Notebook ist durchsichtig, also das Display ist durchsichtig, es hat keine echte Tastatur mehr und es ist ein Konzept und... Wo ich das gesehen habe, haben sich mir dezent einige Fragen gestellt. Warum will man das haben? Warum forscht Lenovo an sowas? Welchen Nutzen hat ein transparentes Display? Ich meine, was ich mir vorstellen könnte, dass das wie so ein Display, was ich so im Daheim ist, so als Home-Zentrale. Ja, und? So ein Display, das schaut halt dann ganz, ja, okay, schaut cool aus irgendwie. Ja, es ist nur stylisch. Es ist stylisch, ja. Und du kannst nur von einer Seite reinschauen, weil wenn du von einer anderen Seite reinschaust, ist es spiegelverkehrt. Was bei einer Smart Home-Zentrale mitunter oft gar nicht so ein Problem wäre, wenn es relativ, weißt ich, wenn es so piktografisch gelöst ist. Ja, okay. Okay, das heißt, irgendwo in deiner 90.000-Euro-Küche bei der Kochplotte, die gleichzeitig Raumteiler ist, kannst du das draufstellen und du siehst vom Wohnzimmer aus, sowie auch hinten vom Herd aus, deine Piktogramme. Ja, okay. Ja. Ja, das ist ein okayer Einsatzzweck. Es ersetzt in meinen Augen weniger Heads-Up-Display fürs Auto, weil die ohnehin ja schon genau noch so an einem ähnlichen Prinzip arbeiten. Und in einem Notebook, ich meine, das ist ein einziger, also ein Szenario, was ich mir noch halbwegs vorstellen kann, ist in einem Besprechungsraum, dass die anderen Besprechungsteilnehmer, die am Tisch rundum sitzen, während du darauf tippst, dass die dort vielleicht auch noch remote zugescholtene Menschen sehen oder sowas. Aber das könnte, sie werden schon irgendwas, weil wenn man, wenn man denkt, dieses Zwar Screen, dieses Zwar Screen Note, oder dieses Zwar Screen Notebook von Lenovo, was ja auch mal ein Prototyp war, das gibt es ja mittlerweile wirklich als Lenovo Yoga Book. Ja. Und das ist halt, wo ich nach wie vor sage, das ist wahrscheinlich einer der geilsten Windows Laptops, den es gibt. Ja. Lenovo zählt da eher noch auf eine andere Klientel, ob nämlich Hotellerie, Hotelkunden könnten es etwa zu schätzen wissen, den Bildschirminhalt des Rezeptionisten sehen zu können. Stimmt sogar, ja. Und, ja, das ist sogar oft, ha, das wäre sogar theoretisch, wenn du jetzt denkst, zum Beispiel, wenn du, oft ist es ja so, dass du bei so Kundengesprächen sitzt und, also es heißt bei so Service-Mitarbeiter und die dir dann einen Screen her dran oder einen zweiten Screen geben, damit du siehst, was sie für dich ausfüllen. Ja, aber es bringt dir ja nichts, wenn der von vorne in sein Notebook startet und du siehst das verkehrt, du siehst es ja auch spiegelverkehrt, wenn das jetzt... Ja, vielleicht arbeiten sie da dran, dass das dann bei dir quasi sich nochmal spielt. Ja, dann sind es zwei Displays. Ja, das war schon. Dann willst du es nicht mehr durchsichtig haben. Wer war es denn, das Schock, was die Welt... Nein, also ich bin da... Ja, ich... Also, ich meine, gut, das Coolste war das eben das Lenovo Yoga Book, jetzt mit den zwei Screens und der Tastatur, die du unterschiedlich draufklappen kannst oder wegklappen kannst. Ja, ja. Das ist sicher, das muss ich Lenovo lassen, das ist das Coolste, das ist der Coolste Laptop, den ich so die letzten Jahre gesehen habe. Ja, okay. Ja, das lasse ich vielleicht noch durchgehen, aber Lenovo macht halt... Vielleicht. Ja, es ist halt ein merkwürdiges Konzept. Ich verstehe es nicht, das wird sich nicht durchsetzen, weil es ist... Wahrscheinlich nicht, aber der Punkt ist das, Lenovo hat halt langweilige Business Notebooks, die Leistung bringen und die funktionieren. Ja, aber langweilig sein. Ja. Ja, und klar, die wählen das natürlich jetzt irgendwie aufpeppen oder... Aber praktisch ist meine Augen nicht da. Man braucht sich nur so neuere Star Trek Filme oder Star Trek Serien anschauen. Da wischen sie ja auch mit den Händen der Luft um, die Displays sind irgendwo in der Luft, beziehungsweise es wird aufiprojiziert. Arbeiten kannst du in so einem... Also ich finde halt, du kannst so nicht arbeiten, wenn sich am Hintergrund des Displays laufend Sachen verändern, zusätzlich zu den Sachen, die du ohnehin am Notebook veränderst, durch Tippen oder Fenster hin- und herschieben. Ich finde das... Ich würde das also extrem irritieren, deswegen. Ginge mir jetzt auch so, aber das heißt ja nicht, dass das andere nicht super fühlt. Ja. Hipster und so. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, du musst dich fragen, aber... Ja, ich finde es schwierig, aber ja. Aber es ist halt mal... Es ist eh nur ein Konzept, also wer weiß. Weil Lenovo wäre es ja wurscht, wenn sie das auf den Markt bringen und vielleicht tausend Stück verkaufen, dann haben sie halt tausend Stück davon verkauft. Das wäre es ja wahrscheinlich. Das wäre es ja wurscht.